Was geht? Ich bin immer noch da. Und ihr seid wieder da. Herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben zu Arcania, Fall of Setarif. Wir haben unseren Helden und wir haben unsere übelste OP-Achse, die eigentlich übelst scheiße ist, aber mit 100% Wahrscheinlichkeit Blitze hervorruft. Die andere hat nur... naja, ich mein, die macht halt dreimal so viel Schaden. Aber nur 30% Wahrscheinlichkeit. Die ist schon OP. Das ist schon krass. Das ist unerwartet. Unerwartet gut, ich bin froh, dass ich sie aufgehoben hab. Dafür, dass unser Sonnenkranz nicht mehr funktioniert, gibt's dafür diese Axt, die krasser gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, wieso, weil, also im normalen Spiel bewahrt man die, glaube ich, nie auf. Ich weiß nicht, das ist kein Sammlerspiel hier. 50 Leben, 40 Rüstung. Nahkampf und Fernkampf. Ich muss schon viel weniger leben, aber... Ich bin komplett lost. Ich hab hier wirklich, ich hab gar keine Ahnung, wie hier so die Wege waren. Also ich kenn so... Das grobe Spiel kenn ich, ja. Aber... Wie, wo, jetzt welcher Weg am besten ist, das weiß ich nicht mehr. Weil was hier am meisten Erfahrung gibt oder sonst wie irgendwas... Ich bin da... Da bin ich wirklich wieder blank. So viel Zeit hab ich in das Spiel nicht investiert. Dann werde ich mal wieder einen rausnehmen. Ja, können wir. Und noch einen. Er steht einfach da und schießt mit seinem scheiß Blasrohr. Ja, schießt er da rum. Hoppala. Ach, das ist ein bisschen Geld, was die immer dabei haben. Aber wir haben schon mal zwei ganz rausgenommen. Das ist gut. Nein, wieder reinzoomen bitte. Da ist eine Wurzel. Nicht, dass die Wurzel ihn schützt. Oh, ihn haben wir auch übel weggeknallt. Von da oben runter. Das tat bestimmt weh. Armschienen des Bestienjägers. Ich weiß nicht, warum die dann Mana bringen. Das ist so eine Scheiße. Oh, dieses erstaunliche mächtige Beile wurde nicht von den Goblins geschmiedet, doch es stinkt im wahrsten Sinne des Wortes nach ihrer Magie. Ein Schlag raubt dem Gegner seine Lebenskraft und heilt den Träger um 20% des zugefügten Schadens. Das wiederum ist not bad. Not Belan Siegelring. 30 Leben, 10 Nahkampf. Ja, nee. Nee. Jetzt ist das halt wiederum, ne? Mit 45 Schaden. Das bringt halt Mana und so, ne? Das ist halt gar nicht so geil. Was für ein Schild ziehen wir dazu an? 25 Rüstung, 180. Bei 25 Leben. Gucken wir mal. Räumen wir das Feld mal von hinten auf. Das ist jetzt ein A-Koplin-Krieger. Er hat es echt nicht gecheckt. Oder da hinten wird es auch nicht checken. Er hängt da ein bisschen. Aber er kommt da gleich zurück. Scheiße. Okay, weg. Wen haben wir noch? Wir warten doch immer welche um die Ecke. Da. Der uns schon gesehen hätte. Ich glaube, es lag wirklich an meiner Maus, dass das nie so richtig funktioniert hat. Der Unterschied zwischen schweren Angriffen und leichten Schlägen. Dann ist das ja umso besser. Oh, shit. Nee, nee. Es lag nicht an der Maus. Manchmal stockt er so kurz. Also, und es ist nicht nur, wenn er angegriffen wird. Sondern dann stockt er kurz. Und dann ist immer so der Moment, wo der Gegner seinen starken Angriff durchsteckt. Durchsteckt. Durchzieht halt. Ah, Hähnchenschenkel. Bring dem auch noch so wenig Leben. 25. Gut, das Messer. Nehmen wir alles mit. Äh. Hier waren wir noch nicht. Hier gehen die Goblins wohl auch nicht rein. Der Diamant schwebt. Ein totes Huhn. Eine Fackel. Nicht schwebt, was man rausnehmen kann. Nö. Kultstätte der Goblins hier. Cool. Sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Dann... Gucken wir einmal hier lang. Plötzlicher Tod. Bleiglas-Viole. Aha. Göttlich elixierter Arcan macht. Schaut mal. Von der anderen Seite hat man das gar nicht gesehen. Immer genau nachgucken. Amulett der Heiligenjagd. Kriegshaube des Kampfmagiers. Lauter krasse Sachen. Kurzes Messer. Stabil. 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 Ich glaube, jetzt dürften wir alles haben. Ich glaube, jetzt dürften wir alles haben. Achso, da oben ist noch was. Ne. Da vorne geht's raus. Finally. Diamant. Wie viel Diamanten man hier kriegt, ne? Da. Vergessenes Grab. Morsche Keule. Spefel. Also, dass die Axt so OP ist, das freut mich. Das ist irgendwie cool. Das, äh... Also, gegen einzelne große Gegner ist das ja dann jetzt richtig Premium. Durchwirkt das Dschungelkraut. Jetzt kommt die. Okay, der hat ja richtig laut gestöhnt. Die finde ich ganz cool designt. Der Beste kommt eh noch. Dieser Rauter. Okay. Haben wir die... Dämonen besessenen Tiere. Nicht während eines Kampfes. Pam. Die Sturmkrähe richtig rausgenommen. Ritter der Säbel. Ritter der Schild. 22 Gold. Kompositbogen. Verpfeile. Was kann der Kompositbogen? Nix. So, dann bitte einmal die weg. Weiter! Okay. Wir gehen wieder mit der Sense. Wir müssen ja hier... Wir stehen ja für etwas. Komm mal her. Ich dachte, sie packt jetzt wieder den Bogen aus. Wäre beides keine kluge Wahl, aber... Egal. Oh shit. Das hast du nicht gesehen. Als ob ich sie nicht treffe. Dann dreh dich weg. Aha. Ich glaube, der ging voll in den Nacken. Richtig übel. Sie befestigt die Dinger. Nicht weglaufen. Also so diese Ragdoll-Effekte sind schon ganz cool. Ja, wie sie wegfliegen. Pam. Sie ist richtig ambitioniert. Okay, wir haben ordentlich die Leute durchlöchert. Jetzt reden wir wieder mit dem besten Charakter überhaupt. Nämlich mit Paladin. Soldat. Ja, eigentlich mit ihm. Rauter! Alders Haus. Ach bin ich froh, dich zu sehen. Das bekackte Weibsvolk hier ist ja vollkommen verrückt. Rauter? Ach ja. Hoppala. Wir machen ihn... ...ein bisschen lauter. Rauter. Was für Weibsvolk meinst du? Na, die Kriegerinnen, richtig? Plünderer von einer Nachbarinsel sind das, nennen sich Sturmkrähen, sind mit ihren Harpien hier aufgekreuzt und haben sich sofort alles unter den Nagel gerissen. Ich hab Geschichten von Seemännern gehört. Da sind die Sturmkrähen feuerspeiernde Riesinnen mit Titten aus Stahl. Aber in Wirklichkeit können die einem nur verdammt gut in den Arsch treten, richtig? Richtig. Warum zum Belia haben sie dich in einen Käfig gesteckt? Was weiß ich. Vielleicht wollen sie Sklaven. Aber man hört ja so Gerüchte über die Nachbarinseln. Da sollen nur Frauen leben. Ich glaub, die wollen mir an den Zipfel, richtig? Richtig. Die Anführerin hat was von Vernaschen gesagt. Wenn ich darüber nachdenke, es gibt Schlimmeres, als von einer heißen Frau vernascht zu werden. Alter Rauter hat's noch drauf, richtig? Vielleicht sind sie auch Kannibalen. Scheiße. Musst du mir in den Humpen furzen? Der beste Witz im ganzen Spiel. Also auch vom normalen Arkenia. Solltest du nicht in Setarif sein? Diego hat mich zurückgeschickt, richtig? Mit ner dringenden Botschaft für den König. Dabei bin ich den Weibern hier über den Weg gelaufen. Ne schöne Scheiße war das, sag ich dir. Ich hab die völlig unterschätzt, richtig? Wenn die keine Feinde wären, keine Verfluchten, würde ich die glatt für die neue Kämpfergilde anheuern. Was für ne Botschaft solltest du Roba überbringen? In Setarif ist die Kacke ganz schön am Dampfen, richtig? Ein Erzdämon hat da rumgewütet und nur Schott und Asche hinterlassen. Lee und Hagen besetzen jetzt die Ruinen. Sie liegen sich wieder in den Haaren. Jeder hat ne andere Vorstellung, wie man mit den überlebenden Setarifern umspringen sollte. Und sie stehen kurz davor, sich gegenseitig die Knie abzuhacken, richtig? Ich? Wenn der König kein Machtwort spricht, bringen sie sich alle gegenseitig um. Ganz ohne Dämon. Tja. Ich hol dich erstmal da raus. Hast du gesehen, wo der Schlüssel aufbewahrt wird? Den hat die Anführerin der Sturmkrähen hier. Nennt sich Lana Blutkralle. Gut. Die knöpf ich mir mal vor. Pass bloß auf, Mann. Ich wette, das verfluchte Weib lauert schon hinter der nächsten Ecke, richtig? Tja, Rauter. Leider wird das nix mit vernaschen, weil, ähm, na, wenn die Kinder bräuchten. Sie heißt Lana. Wir alle wissen, was Lana rückwärts heißt. Da wird nix mit Kindern. Okay, das war zu weit weg. So weit fliegt der Pfeil dann doch nicht. Jetzt einen in die Stall tippen und weg. Und was die Zeug haben. Erzgeschmiedete Waffen, Palastgarde. Da war noch was. Äh, ein Trank. Da haben wir Ausdauertrank. Ja, okay. Ausdauertränke sind jetzt relativ, aber... Ja, wobei, wenn wir mächtige Angriffe machen, da braucht man ja Ausdauer für. Was war da noch? Essenz der Ewigkeit. Die Harpien sehen sogar cooler aus, als die Anbael. Weil die haben so richtige Federn. Ach, shit. Ja, ich treff sie einfach nicht. Okay, den Angriff habe ich komplett vergessen. Dass die einem ins Gesicht schreien. Sehr geil. Ja, fliegt weiter. Ich treff sie einfach nicht. Und es regnet natürlich. Diesen Angriff habe ich komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Dass die einen anschreien. Die Harpien. Sind Lischwesen. Halb Frau, halb Vogel. Sie verfügen über Intelligenz, aber ihr Geist ist verwirrt. Wie gewöhnlich schließen sie sich zu Gruppen zusammen und machen gemeinsam Jagd auf alles, was sich bewegt. Der Wahnsinn, der sie dabei vorantreibt, macht sie zu typischen Gegnern. Ja, zu laut schreienden Gegnern macht sie das. Wir haben auch noch keinen neuen Helm gefunden. Ist auch ein bisschen schade. Hier kommen jetzt ein paar Gegner. Den muss ich sagen, finde ich sehr hübsch. Panther. Treffen wir ihn? Ja, tun wir. Stopp! Pantherkralle. Eine makellose Pantherkralle. Ähm. Da haben sie auch nichts recycelt oder so. Also der wurde ja wirklich nur hierfür benutzt. Sonst auch von den Angriffen her oder so. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenkreation nur hier für dieses Spiel. Was ich sehr lobenswert finde. Für einen Addon. Wo ist denn da ist einer? Oder? Oder ist das ein Stein? Oder ist das ein Blatt? Erhabener Panther. Okay, er ist einfach richtig schnell. Wie sieht das denn aus, wenn er angreift? Ich glaube, das Vorspringen ist von den Wölfen. Aber das mit der Pfote, das ist... ganz frisch. Ganz frisch animiert. In jede Ecke gucken. Ist das nicht Ibis Stimme gewesen? Das ist tatsächlich Ibis Stimme. Er ist schlecht. Ibis übergelaufen zu den Sturmkrähen. Guck mal. Er kriegt jetzt einen voll in den Kopf. 1500 Schaden. Das kann sich schon sehen lassen, das Heimlichkeitsteil. Also das ist schon... Das ist schon ein cooler Skill. Weil es ist auch nicht OP. Weil die Gegner, wenn sie einen ja sehen, dass es dann nicht mehr so ist. Deswegen finde ich das in Ordnung. Nein, auf der Insel. Sind genauso schwach wie die Organer. Weiter! Die Sturmkrähe. Und weg ist sie. Ich glaube, die Lana Blutkralle hatte auch ein paar geile Waffen. Und nein! Ich meine nicht, äh... Na? Was auch immer ihr jetzt gedacht habt. Lana Blutkralle, Sturmkrähe. Die nehmen wir jetzt komplett raus. Schade. Ich dachte, wir könnten sie besser rausnehmen. Stopp! OP-Axt! Okay, okay, okay. Moment, wir sind trotzdem noch eingesperrt. Oh Gott. Lana Blutkralle verfolgt uns. Hält! Trink mal... Nee. Nee. Ja, das war eins. Oh Gott. Die Lana macht Schaden. Nein. 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 Ah ja, jetzt schießt sie wieder. Das ist okay. Und das Schwert leuchtet. Das ist irgendwas... Irgendein Brennender Einhändler. Ich wette, der ist besser als unser Einhandschwert. Jetzt haben wir sie. Jetzt hat sie verloren. Feuerkralle. Deepcrawler Armbrust. Und was hat sie? 4600 Guld. Stabil. Argana sind schwach und weich. Sie haben es nicht anders verdient. Gut, dass wir vom Verschirr kommen. Komm mal ein bisschen mit. Von den Harpien da unten weg. Jetzt. 100%. 4 Sekunden lang. 340 Schaden. Ja. Und wir haben hier heiliger... Was weiß ich. Das hier. Also rein Schaden. 140 Schaden und dann nochmal mehr Nahkampfkraft. Das ist nur krank. Und die Deepcrawler Armbrust. 7 Nahkampfkraftrüstung und Lebensregeneration. Nehmen wir. Oh. Den nehmen wir noch lieber. Marantänischer Assassinenbogen. Den nehmen wir. Und den Wolfsreißer gibt es wieder. Sieht halt scheiße aus. Das ist halt so ein billiges Langschwert. Das ist wirklich schade. Aber der Bogen sieht cool aus. Äh. Ab zu Rauter. Jetzt wollen wir ihm ja sagen, dass... Lana ihn leider nicht mehr vernaschen kann. Das ist wirklich schade. Ich meine, sie hat jetzt ein paar mehr Löcher, aber... Muss er wissen. Ne? Sach, wie es ist. Hast du den verdammten Schlüssel? Sie dürfte noch warm sein, wenn er sich gehalten hat. Ich hab den Schlüssel. Ich hör jetzt auf. Da bin ich dir wohl wieder einen Gefallen schuldig. Wir sind ja hier am 12, ne? Wenn du jetzt noch einen Humpen-Meet dabei hast, muss ich dich verdammt nochmal heiraten. Ne, geh zu Lana. Und jetzt kommt auch was Cooles, was es im Normalen auch nie gab, ist... Er macht es wirklich auf. Er tut da etwas. Es geht nicht einfach... Also bei ihm ist jetzt einfach aufgegangen. Aber hier, er ist wirklich dran. Das können wir jetzt auch aufmachen. So, wenigstens so ein bisschen Rollenspiel-mäßig. Wird ja schon noch das gezeigt. Wo sind wir denn hochgekommen? Ah, hier. Er ist ja runtergekommen, meine ich. So ein bisschen Rollenspiel haben sie ja doch noch reingekriegt. In den Schlauch. Boah, wir sind fertig. Wir sind perfekt fertig. Wir laufen jetzt noch da hoch und dann war's das für heute. So noch Thumbnails machen fällt mir gerade auf. Ah ja, wir haben ja Wochenende. Ich hab noch Zeit. Und mit dieser Aussicht nach Seetarif hören wir heute auf. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei der neuen Folge. Es bleibt spannend. In unserem Schlauch, in unserem Rollenspiel-Schlauch. Also, kommt morgen wieder. Bis dann. Ciao.